Ich habe aber keine Gelbe im Runde Kante da, voll weg. Aber Speedy, du passt auf, dass die Aufschläge alle regelgerecht sind. Nix unter dem Arm durch. Ja, da haben wir schon ein bisschen Probleme. So, ich würde sagen, es reicht, wir fangen an. Pass auf, der kann zauberen. Das allererste Bundesliga-Spiel... Moment, wie steht es eigentlich? Michael, wie war das jetzt ein bisschen dran? Jörg Röschkopf. Ich glaube auch, dass der Bank hier gerade sehr gut agiert hat und der Rossi bis jetzt kaum einen Stich gesehen hat. Jetzt gibt es die Revanche. Genau, nach dem 5 bis 11. Aufschlagwechsel nach jedem Punkt. Und außerdem mal das Netz wiederholen. Moment. Ich kann den Ball nicht sehen. Den drehst du im Rücken zu. Wiederholen. Ja, ich wollte immer mal einen Stich von dir sehen. Ich muss nicht sehen. War dran ne? War nicht dran? Na gut, mit meinen beiden Augen zu. Bitte? Ja das Zimmer wollte ich auch nicht bezahlen eigentlich. Acht, sechs, sechs, acht. Der kommt noch. Aber ganz knapp. Bravo! Ich bin jetzt mal wieder. Läden lassen Sie. Ich glaube, es gab eine Szene, ich glaube, du warst es, wo der Ballzong am Randung lag. Das möchte ich gerne mal sehen, wie das war. Das muss ja nicht kommen. Ich glaube, der Hände war auch involviert, oder? Wie war das nochmal? Gut, okay. Ja, das war sein Aufschlag. Zehn mal. Evo, raus noch. Evo. 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 K America. DJatkburac. Evo, Wildlife weltweit, oder? Ja, das war ein sehr. Ich habe wieder Eis die Sperrung ris shooters gemacht. Evo, Dirkus.